Hallo, mein Name ist Adriane Große. Ich bin Schauspielerin. Im Rahmen des Programms ArtPlus bin ich seit einem Jahr Gästin im Regiestudium an der Volkwang Universität der Künste in Bochum. Mit ArtPlus sollen mehr Menschen mit Behinderung bildende Kunst, Musik, Tanz oder Schauspiel studieren können. In NRW können im Rahmen von ArtPlus Kreative mit Behinderung Praktika an drei künstlerischen Hochschulen absolvieren. An der Volkwang Universität der Künste, an der Kunstakademie Düsseldorf und an der Kunsthochschule für Medien Köln. In Zukunft sollen Ausbildungsmöglichkeiten für Kreative mit Behinderung an künstlerischen Hochschulen etabliert werden. Das heißt, in Zukunft soll es einfacher sein, als Kreative mit Behinderung Kunst zu studieren. Eukrea und Kubia laden euch alle Interessierte zu einem Gespräch ein. Wo? Im Volkwang Theaterzentrum. Wann? Am 23. Mai um 16 Uhr. Wer wird da sein? Kreative mit Behinderung, VertreterInnen von künstlerischen Hochschulen, von Fachbehörden und aus der Kulturpolitik in NRW. Ich bin auch dabei, sowie weitere ArtPlus Studierende, DozentInnen der beteiligten Hochschulen und die KoordinatorInnen des ArtPlus-Programms. Wir sprechen über unsere Erfahrungen, über die Herausforderungen des inklusiven Studiums und suchen zusammen nach neuen Wegen. Das Gespräch findet in deutscher Lautsprache und DGS mit Verdolmetschung statt. Das Volkwang Theaterzentrum ist rollstuhlgerecht. Sie brauchen leichte Sprache? Wir werden darauf achten, dass alle alles verstehen. Wenn Sie eine Audiodeskription brauchen, informieren Sie uns bitte bis zum 15. Mai über das Anmeldeformular. Kommen Sie und melden Sie sich jetzt an. Das Anmeldeformular finden Sie unter diesem QR-Code und auf der Seite www.eucrea.de. Bis dann!